Hallo bei Selbstorientiert! Machst du demnächst dein Abitur? Willst dich jetzt optimal auf dieses Abitur vorbereiten? Dann haben wir für dich die optimalen Lernhilfen für dein Abitur jetzt in der Videobeschreibung verlinkt von uns für euch. Das folgende Video ist für euch ein Zusammenschnitt aus dem Wichtigsten, was für euch relevant ist, nachdem ihr auf dieses Video geklickt habt. Dabei ist das gesamte Video jetzt in der Infokarte verlinkt und folgt auch nachdem ihr den Ausschnitt aus diesem Video gesehen habt. Viel Spaß beim Video! Kommen wir dann zu den Künstler bzw. Künstlerinnen und Werken dieser Zeit. Zunächst der kleine Hinweis, der Vorgänger war der Impressionismus, so lässt sich vielleicht auch entstehen, erklären, wie das Ganze entstanden ist, wie der Impressionismus überhaupt die einzelnen Merkmale, Themen natürlich beeinflusst hat, aber auch ganz zentral, woher die Künstler und Künstlerinnen kamen, woher die Ideen kamen, die wir hier tatsächlich dann feststellen sollten. Und das ist natürlich insofern interessant, weil insbesondere natürlich diese Idee, dass man sich von der Objektivität loslösen möchte, ist letztendlich dadurch dann besonders relevant geworden, weil ja hier dann tatsächlich eine komplette Loslösung von der Realität stattgefunden hat. Die Entstehung war dabei um 1905, Herbstsalon 1904, finden sich schon die ersten Vorläufer und um Ende 1907 wird das Ganze dann durch den Kubismus abgelöst und entsprechend von großer Relevanz kommen dann letztendlich die kubistischen Werke, die dann viele der Fofs, also der Künstler und Künstlerinnen des Fofismus, muss es dann überzeugt und dass diese sich dann im Kubismus wiederfinden lassen und dort dann entsprechend auch einbringen. Außerdem ist es so, dass bekannte Künstler unter anderem Henry Mathis waren, mit der Idee, simpel zu malen. Das heißt, seine zentrale Idee war letztendlich, dass die Begründung des Fofismus überhaupt erst stattfinden konnte, denn er wollte sich von dieser Objektivität ebenfalls loslösen und möchte dann sich aber auch von der Realität loslösen. Und das sagt er selbst, gehe nur, wenn man sich auch mit der Idee beschäftige, simpel zu malen, sich viele Farben zu nutzen, insbesondere natürlich reine Farben, wir hatten gerade schon angesprochen, reine und leuchtende Farben waren zentraler Punkt, so auch bei Henry Mathis. Und er hat dann die Werke unter anderem Frau mit Hut, beziehungsweise Harmonie in Rot oder Lebensfreude geschaffen, alles Werke, in denen wir sehen, dass die Epoche durchaus von Freude geprägt war, dass man hier nicht davon abgeneigt war, freudige Szenen darzustellen, aber in denen natürlich auch klar wird, dass die Realität nicht unbedingt ein zentraler Bestandteil dieser Epoche war und auch entsprechend nicht der Werke war. Gustave Moreau war dann entsprechend ein Künstler, der seine eigene Individualität sehr betont hat. Er wollte sich ganz klar abgrenzen von anderen Künstlern und auch Künstlerinnen, sowie seinen eigenen Stil darstellen und inspirierte dadurch natürlich viele Künstler und Künstlerinnen, die sich dann versuchten, von diesem Standpunkt aus weiterzuentwickeln. Das ist natürlich nicht unbedingt bekannt gewesen zu diesem Anfang des 20. Jahrhunderts, dass ein Künstler sich so sehr auf seine eigene Individualität beruht hat, beziehungsweise seine eigene Individualität in den Mittelpunkt gestellt haben und so ist er tatsächlich zum Vorbild für viele Künstler und Künstlerinnen geworden, die nicht nur im Fowismus sich vorfinden lassen, sondern auch tatsächlich in den folgenden Jahren und Epochen dann immer wieder von größer Relevanz werden. Bekannte Werke sind darüber hinaus und diese Werke sind dann entsprechend auch des Fowismus zuzuordnen und dementsprechend ein ganz zentraler Bestandteil der Geschichte des Fowismus, die wir ja hier jetzt einmal kennenlernen durften. Und damit ist jetzt das Video eigentlich vorbei. Wir haben für euch jetzt die wichtigsten Informationen rund um das Thema zusammengefasst, aber wir möchten euch nochmal ein wichtiges Video an dieses Video anhängen, damit ihr nochmal eine Gesamteinordnung in das Thema bekommt. Das heißt, für euch folgt jetzt nochmal ein inhaltlich relevantes Thema. Falls ihr daran auch interessiert seid, bleibt einfach dran und dann könnt ihr euch auch ein bisschen weiterbilden. Viel Spaß mit dem Video. Kommen wir zunächst zu den zentralen Merkmalen und Themen dieser Epoche. Letztendlich ist es ja eine Epoche der Moderne, der Fowismus. Man kennzeichnet sich dabei insbesondere durch intensive Farben aus, entsteht aus einer Bewegung der französischen Avantgarde zu Anfang des 20. Jahrhunderts und ganz zentral ist dabei, dass diese Epoche nur ganz wenige Jahre dauern sollte, von 1904 bis circa 1907, beziehungsweise 1905 bis 1907, 1908. In diesem Zeitraum ordnet man diese Epoche ein. Die Fuffs, wie sich die Künstler und Künstlerinnen selbst nennen, sind dabei überzeugt, dass eine vereinfachte Darstellung mit teils sehr groben Strichen zur Darstellung enorm dazu führt, dass ihre Ideale besser durchgesetzt werden können und einen neuen Schwung in diese Epoche hineinbringen, aber auch entsprechend ganz zentrale Darstellungen ermöglicht, die für die Weiterentwicklung der Kunst aus der Sicht der Fuffs letztendlich zentral sein soll. Die teils sehr groben Striche zeigen dabei bereits, dass man sich von den zuvorigen Epochen sehr loslösen möchte, die teilweise ja noch sehr realistisch wirken wollten, beziehungsweise die zumindest das Detail nie verloren haben und dann diese teils sehr groben Striche legen natürlich nahe, dass man sich nun davon loslöst, eher Fan von vereinfachten Darstellungen wird und die Idee ist, dass man sich jetzt auf den wesentlichen Inhalt reduziert mit entsprechend dicken Pinselstrichen und man sich abwenden möchte von dem möglichst realistischen Bild. Interessant ist das insbesondere deswegen, weil wir ja zuvor entsprechend sehr viele Epochen hatten, die sehr realistisch wirken wollten. Dabei versuchen die Künstler und Künstlerinnen eine Anwendung von der gesamten Farbpalette zu ermöglichen. Interessant ist aber, dass diese Farbmischungen erst während des Malprozesses tatsächlich entstanden sind. Das heißt, man hat versucht, sehr reine Farben einzunutzen, insbesondere leuchtende Farben waren Teil des Fouvismuses, um sich entsprechend von der Realität abzuwenden. Man hat auch versucht, verschiedene Farbkontraste dann auch zu ändern, beispielsweise hat man Wiesen häufig blau dargestellt oder das Meer dann entsprechend grün, beziehungsweise eine See entsprechend grün. Das sind ganz bekannte Malweisen dieser Epoche. Und interessant ist das deshalb, weil diese Farbmischung von reinen Farben tatsächlich nicht vorher stattgefunden hat, sondern erst während des Malprozesses. Das ist ein zentrales Merkmal, was das Ganze unterscheidet von der Realität, beziehungsweise von der künstlerischen Realität, die wir zuvor hatten. Häufig waren Farbmischungen tatsächlich vorher bereits eingesetzt und auch Ölfarben, die in dieser Zeit wieder mehr eingesetzt wurden, wurden in der Epoche der Moderne, also in der Epoche des Fouvismuses, kaum noch eingesetzt. Die Realität erscheint dementsprechend gänzlich irrelevant und dadurch hat man eine Abwendung von konkreten Formen, bitte entschuldigt den kleinen Rechtschreibfehler, Man möchte sich von diesem Gedanken loslösen, dass alles einer entsprechenden Form entsprechen muss, dass alles in eine entsprechende Form passen muss und möchte jetzt letztendlich sich genau diese Reduktion auf den wesentlichen Inhalt ermöglichen, genau sich von der Realität entfernen. Die Schwerpunktthemen waren dabei insbesondere Natur-Szenen, dafür insbesondere bekannt geworden die Landschaftsmalereien in Frankreich, Südfrankreich dabei insbesondere, von Bedeutung für die Darstellung von diesen Natur-Szenen, von diesen Landschaftsszenen, aber auch die Darstellung von Porträts und Gegenständen gilt als durchaus relevant für den Fouvismus. Wie gesagt, wir haben ja nur eine sehr kurze Dauer des Fouvismuses, dementsprechend ist es auch kaum verwunderlich, dass wesentliche Themen sich kaum weiterentwickeln konnten, beziehungsweise dass sich noch viele weitere Themen entwickeln konnten, wie das in größeren Epochen der Fall ist, wo dann mehrere Künstler sich dann letztendlich weiterentwickeln wollten und dann noch mehr Themen eingebracht haben und das haben wir hier entsprechend nicht. Dementsprechend ist die Themenauswahl, die hier durch die Fouvis stattgefunden hat, sehr gering. Und diese wollen wir euch natürlich auch nochmal zusammenfassen, denn das Video ist letztendlich schon kurz vor dem Ende. Wichtige Merkmale des Fouvismuses waren letztendlich, dass es eine Epoche der Moderne ist, die mit sehr intensiven Farben gearbeitet hat. Man hat dabei reine und leuchtende Farben eingesetzt, die nicht gemischt wurden vorher, sondern erst während des Malprozesses vermischt wurden. Teilweise wurden Farbkontraste abgeändert, beispielsweise erschienen Wiesen dann blau oder die See grün. Außerdem hat man sich auf das Wesentliche konzentrieren wollen, insbesondere mit dicken, groben Pinselstrichen, die dann sich abgewendet haben von einem möglichst realistischen Bild und man dementsprechend die Realität gänzlich irrelevant darstellte und konkrete Formen sich komplett davon abgewendet hat. Schwerpunktthemen waren dabei insbesondere Naturszenen, unter anderem die Landschaftsmalerei in Südfrankreich, aber auch die Darstellung von Porträts und Gegenständen. Bekannte Künstler und Künstlerinnen sind in dieser Zeit natürlich auch hervorgekommen. Vorgänger war der Impressionismus. Diese Entstehungszeit um 1905, 1907 zeigt, dass diese Epoche so kurz war. Später geht man dann in Kubismus über eine Epoche, die nur zwei bis drei Jahre gedauert hat und enorm von dem Künstler Henry Matisse mit seinen verschiedenen Werken, unter anderem Harmonie in Rot und Gustave Moreau geprägt wurde, aber auch bekannte Werke wie André de Rien mit seinem Pont des Charging Cross sind wichtig für diese Epoche gewesen. Und damit ist es das gewesen von diesem Video rund um den Formismus. Falls es euch gefallen hat, würden wir uns riesig freuen, wenn ihr ein Like da lasst. Gerne könnt ihr unseren Kanal auch kostenlos abonnieren und ganz wichtiger Hinweis, wir haben ein Buch zu dem Thema, also zu allen Epochen, die ihr für euer Abitur braucht, verfasst. Das ist jetzt in der Videobeschreibung. Falls es euch interessiert, klickt da gerne mal auf den ersten Link in der Videobeschreibung. Bisschen Werbung in eigener Sache und dann wünschen wir euch ganz viel Spaß mit diesem Buch und wir sehen uns hoffentlich bald wieder. Haut rein und tschüss.